Hi, mein Name ist Johannes Hengemann und ich arbeite für die Winkelwand MSR Technology. Und wie man diesen in verzahnten Lamellenträger mittels spanloser Umformtechnik herstellt, genauer gesagt mittels Drückwalzen, das schauen wir uns heute an. Aber dazu gehen wir zu meinem Kollegen Niklas in unsere Produktion. Wir beschäftigen uns seit den 70er Jahren mit der spanlosen Umformung von Metallteilen. Heute fertigen wir mit über 100 Mitarbeitern drückgewalzte Bauteile für den Antriebsstrang von Land- und Baumaschinen und auch speziellen Fahrzeuganwendungen. Hi Niklas! Hi Johannes! Erklär uns doch mal, wie wir dieses Bauteil hier mittels Drückwalzen herstellen. Ja, zuerst starten wir hier mit dieser Ronde, die wird zwischen dem Werkzeug und dem Gegenhalter in der Maschine eingespannt, vorher mit dem Roboter zugeführt. Daraus walzen wir dann diesen Topf. Die Innenkontur entsteht durch ein Werkzeug, was quasi das Negativ bildet und außen die Kontur wird von den Rollen gewalzt. Nachher wird der Topf ausgestoßen und vom Roboter aus der Maschine entnommen. Okay, es gibt ja aber auch Teile, wo wir eine Außenverzahnung benötigen. Und wie wir die Teile herstellen, das zeigen wir euch jetzt. Ja, hier siehst du jetzt den Prozess des Grobwalzens. Hier stellen wir Außenverzahnungen her und auch hier starten wir, wie bei der anderen Maschine auch, mit einer Ronde als Rohmaterial. Mit der gehen wir in die Maschine rein. Ja, die Außenverzahnung wird durch die Rollen angeformt. Durch die Drehbewegung schlägt die Rolle Zahn für Zahn die Kontur herein. Und ja, wie du sehen kannst, haben wir hier schon Löcher eingebracht. Das passiert dann im nächsten Prozess, im Prozess des Stanzes. Ja, dann gehen wir doch einfach mal rüber und schauen uns den Stanzprozess an. Wir sind die Experten für den Drückwalzprozess. Wir entwickeln gemeinsam mit euch die zukünftigen Bauteile für eure Applikationen. Das geht bei uns über die Bemusterung in unserem Messraum, bis hin zur Abstimmung der Mess- und Prüfstrategie für die serienbegleitenden Prüfung. Ja, hier siehst du unsere Stanzmaschine. Da werden die Teile nach dem Walzen zugeführt. Die Maschinen laufen im Verbund. Zuerst wird dann der Rand abgeschnitten und das Teil auf Länge gebracht. Im weiteren Schritt machen wir hier die Öllöcher rein. Man könnte noch Öldämme oder Nuten einprägen. Anschließend ist das Bauteil fertig zur Auslieferung an den Kunden. Okay, danke Niklas für den Runcar. Kein Problem, gerne. Die Vorteile des Drückwalzens sind Materialeinsparung, höhere Härte und Festigkeiten durch Kaltverfestigung, Bauraumgewinn, die Wandstärkenreduktion und Gewichtsreduzierung der Bauteile. Wir können mit Hilfe des Drückwalzverfahrens so kleine Bauteile mit so geringer Wandstärke und solch einer filigranen Verzahnung für euch herstellen. Wir können aber auch ganz andere Bauteile für euch herstellen. Viel größer, größere Wandstärken, andere Verzahnungen. Sprecht uns an! Was können wir für euch tun? Weitere Infos unter www.winkelmann-flowforming.de www.winkelmann-flowformat.de www.winkelmann-flowformat.de